Mein Vater ist als Gastarbeiter in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen, meine Mutter in den 70er Jahren. Direkt nach Aachen, direkt nach Aachen, West Side. Direkt nach Aachen, in die Bundesrepublik Deutschland. Letztens habe ich meine Mama gefragt, ich so, Mama, wie war das eigentlich damals, als die Mauer gefallen ist? Meine Mutter sagt zu mir, Khalid, das war total schlimm, als die Mauer gefallen ist. Diese ganzen Flüchtlinge, die konnten alle kein Deutsch. Die haben immer gesagt, wir sind weg. Ich habe zu denen gesagt, guten Tag. Die haben gesagt, guten Tag. Ich habe die gefragt, seid ihr Deutsche oder Türken? Wie viele Üs sind da drin? Das ist krass, nicht mal bei Zeit. Aber wisst ihr was krasses? Das heißt, meine Mutter, meine Mutter ist seit den 70er Jahren in der BRD. Meine Mutter ist länger in Deutschland als Angela Merkel. Und trotzdem bin ich der Ausländer. Okay, jetzt, wo wir Ingo und Peter und so weiter kennengelernt haben, komme ich zu einer ganz persönlichen Geschichte. Ich habe eure Aufmerksamkeit, Aachen. Und dann fangen wir ganz von vorne an. Mein erster Tag im Kindergarten. Ich bin hier in einer Gegend um Aachen herum aufgewachsen. Da gab es nicht so viele Ausländer. Nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund. Nicht so viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Es gab mehr Deutsche. Mehr Deutsch-Deutsche. Mehr Bio-Deutsche. Oder wie ich sie liebevoll nenne. O.G. Original Germans. Und ich weiß noch genau, mein erster Tag im Kindergarten war hart. Meine Mutter hat mich zum Kindergarten gebracht. Ich war drei Jahre alt. Es war 37.30 Uhr morgens. Sie bringt mich zum Kindergarten und ihr müsst wissen, sie hat mich nicht aufgeklärt. Sie hat mir nicht gesagt, was da passiert. Ich hatte keine Ahnung, was ein Kindergarten ist. So kam ich auch in die erste Klasse. Erste Klasse, ich war auf einmal da. Ich hatte keine Schultüte, ich war da im Anzug. Das war's. Auf einmal war ich da. Wisst ihr, wie ich schwimmen gelernt habe? Im Freibad einfach reingeworfen, überlebt. Das war mein Schwimmunterricht. Kindergarten genauso. Ich wurde ins eiskaltes Wasser geworfen. Ich hatte keine Ahnung, was der Kindergarten ist. Meine Mutter bringt mich da hin um 7.30 Uhr morgens. Ich bin drei Jahre alt. 7.30 Uhr morgens, viel zu früh für mich. Ich war bis 4 Uhr in der Shisha-Bar. Ja, ich habe gearbeitet. Und dann nimmt meine Mutter mich und bringt mich zu diesem Kindergarten. Und ihr müsst wissen, warum hat die mich nicht aufgeklärt. Warum? Meine Mutter hatte keine Zeit. Die hat gearbeitet. Und ich habe viele Geschwister. Ich habe 10 Geschwister. Ja, wirklich. Ich habe 10 Geschwister. Ich habe so viele Geschwister. Manchmal google ich deren Namen. Ich sitze vor meinem Bruder. Ich denke mir, irgendwo erkennst du den? Shisha-Bar, Friseur. Ich glaube, das ist mein Bewährungshelfer. Jedenfalls, meine Mutter bringt mich an zu diesem Kindergarten und setzt mich vor diesem Kindergarten ab. Und ich habe keine Ahnung. Es ist morgens früh. Meine Mutter setzt mich ab und fährt zur Arbeit. Bevor sie zur Arbeit fährt, schaut sie mir tief in die Augen und sagt mir einen Satz. Meine Mutter fährt als zur Arbeit. Bevor sie fährt, schaut sie mir tief in die Augen und sagt zu mir, Khaled! Isst kein Schweinefleisch. Und fährt. Das war's. Isst kein Schweinefleisch. Das war die einzige Info, die ich an diesem Morgen hatte. Ich habe keine Ahnung, was Schweinefleisch ist. Ich bin drei Jahre alt. Ich kann nur so Schweineohren, Mäusespeck. Keine Ahnung, wovon die Frau redet. Und auf einmal ist die weg und ich stehe da alleine auf diesem Bördstein und weine. Ich so, äh. Äh. Ich hätte dieses Weinen, wo so ein Kind kurz einen Asthmaanfall bekommt. So ein Atmaussetzer. So, äh. Äh. Dann kommt meine Erzieherin raus aus dem Kindergarten. Frau Zimmermann. Sehr nette Frau. Sie läuft raus aus dem Kindergarten. Sie sieht mich weinen und sie so. Hallo, Khalid. Und ich so. Es heißt Khalid. 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 Na, bleib bei Khalid, Bitch. Meine Erzieherin hat's nie hinbekommen. Meine Erzieherin hat's nie hinbekommen, meinen Namen richtig auszusprechen. Ich war acht Jahre im Kindergarten. Sie hat's nie hinbekommen, meinen Namen richtig auszusprechen. Ja, ich musste ein paar Gruppen wiederholen. Und dann nimmt meine Erzieherin mich und bringt mich rein in den Kindergarten. Sie hält mich an der Hand und bringt mich rein in den Kindergarten. Während wir in den Kindergarten reingehen, geht mir nur ein Satz durch den Kopf. Isst kein Schweinefleisch, isst kein Schweinefleisch, isst kein Schweinefleisch. Ich komme rein in den Kindergarten, ich sehe ein Kind mit einer Bockwurst in der Hand und ich so. Das werde ich essen. Ich wusste direkt, Bockwurst werde ich essen. Warum? Das Kind hat in die Wurst reingebissen und die Wurst hat geknackt. Das Hammer. Ich kenne keine Wurst, die knackt. Ich kenne nur Sucuk, Knoblauchwurst. Die klebt. Kennt ihr diese kleine braune dicke Knoblauchwurst? Wenn ihr die isst, drei Tage danach klebt die immer noch an deinem Gaumen. Du sitzt so im Bewerbungsgespräch. Warte, ich habe noch ein Stück Sucuk. Willst du was? Aber diese Bockwurst, nein, die war so hell, lang, dünn. Die hat geknackt. Ich muss das essen. Dann nimmt meine Erzieherin mich und bringt mich in meine Gruppe. Und ihr kennt diese Kindergartengruppen, die haben so komische Namen. Die haben so schöne Namen wie Sonne, Schmetterlinge, Marienkäfer, Seepferdchen. Und ich war, ich war in der, es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich war, ich war in der Meerschweinchen-Gruppe. Es hat mich direkt gestört, da ist Schwein drin. Ich so zu ihr, nein, wir dürfen hier nicht rein, das ist Haram. Und meine Erzieherin so, nein, das sind doch nur Meerschweinchen. Noch Meerschwein! Ich darf gar kein Schwein, die sind, nein, Khalid, Meerschwein, die sind so kleine. Ich darf auch keine Kleinen essen. Ich darf kein Großschwein essen, ich darf kein Kleinschwein essen, ich darf gar kein Schwein essen. Die sind, nein, Khalid, du verstehst mich vollkommen falsch, Meerschweinchen sind was ganz anderes. Ich so, hör mal, du kannst meinen Namen nicht aussprechen, woher willst du nicht wissen, dass du deren Namen auch falsch ausgesprochen hast? Aachen passt gut auf, das ist eine wahre Geschichte. Meine Erzieherin nimmt mich an die Hand, bringt mich rein in meine Gruppe. Und in meiner Gruppe auf dem Boden, überall auf dem Boden spielen kleine blonde deutsche Kinder. Meine Kiddie-O-G's, meine Erzieherin nimmt mich an die Hand, führt mich durch den Raum an all diesen blonden deutschen Kindern vorbei. Bis ganz hinten in die Ecke zu zwei schwarzhaarigen kleinen Jungs. Und dann sagt sie zu mir, Khalid, das ist Mohammed und das ist Ali. Das sind auch Türken. Das sind auch Türken. Ich bin mit den beiden bis heute befreundet. Keiner von uns ist Türke. Mohammeds Libanese. Ich bin halb Marokkaner, halb Algerier. Und Ali ist Deutscher. Aber Ali hat so deutsche Hippie-Kiffer-Eltern aus Herzogenrad. Die dachten sich, es wäre ein super vielfältiger Spitzname für ihren Sohn Alexander. Will ihr den auf der Straße Ali nennen? Das war meine Kindheit, das war meine Zeit, ladies and gentlemen. Und das ist Khalid Dunar, Rebell Comedy for Life. Peace.